Die Sendung wurde live untertitelt Die Sendung wurde live untertitelt Das war eher kompliziert Nein, diese Kerlchen hatten es nicht wirklich leicht Aber sie gab niemals auf Oh, hallo Papagena Tut es besser mit der Papaya Hat keiner von euch je davon geträumt? Eines schönen Tages für den größten Superschocken aller Zeiten zu arbeiten Das sind die neuen Rekruten Nein, nein, sag jetzt nichts Ich verstehe eh nichts Wisst ihr, wer das ist? Das ist Queen Elizabeth Und ich will wirklich, wirklich, wirklich ihre Krone Ihr wollt euch die Krone der Queen angeln Aber dafür müsst ihr erst mal an mir vorbei Oh mein, ein Gentleman? Das ist eine Dame Nicht die Krone Ihr heimtückischen kleinen Verräter Scarlett Das Scarlett könnt ihr euch sparen Ich möchte nicht, dass ihr das falsch versteht Aber ich hasse euch Das ist Folter Jungs, lass das Das ist wirklich unprofessionell Wenn du klein bist, hast du übermenschliche Kräfte Du bist wie ein Geschoss Du musst lernen, wie man zuschlägt Und du willst mir das zeigen? Zeig mir, wie man zuschlägt Oh, oh, sie sieht uns an Was hat sie gesagt? Was? Oh, äh, sorry, sorry Niemand hat zugehört Muss der Müll noch raus? Äh, war die Klobrille noch oben? Was? Was willst du, Frau? Was? Schick ihm noch ein Signal Das war die Klobrille noch ein Signal